Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, ich bin mittlerweile nach Skellige gereist. Grund ist folgender. Ähm, in Novigrad habe ich so ein kleines bisschen meinen Meister gefunden. Und zwar wollte ich mich eigentlich durch die ganzen Fragezeichen durchkämpfen. Die ganzen Orte, die ich hier quasi markiert, aber noch nicht entdeckt habe. Problem. Problem. Als ich hier oben angekommen bin, bei, ja, hier ist ein bewachter Schatz. Hier ein Banditenlager, Monsternest. Da waren überall Gegner, die ein deutlich höheres Level hatten als ich. So 25 bis 30 hatten die vom Level her. Und, boah, ey, da dachte ich mir, ach du scheiße, ernsthaft? Und, ja, da habe ich mir gedacht, ey, eigentlich macht es dann überhaupt keinen Sinn, wenn ich manche Fragezeichen aufdecke und die anderen muss ich dann, ja, außer Acht lassen. Je nachdem, was für Gegner da rumhängen. Das ist mir ein kleines bisschen zu umständlich, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und deshalb habe ich mir gedacht, komm, ich mache jetzt die Story weiter. Ich mache die Quests so, wie sie vom Level her gut passen, damit ich, ja, nochmal ein paar Level machen kann. Und wenn ich so 25 bis 30 geworden bin vom Level her mit Geralt, dann werde ich auf jeden Fall alle Fragezeichen in der gesamten Welt erkunden können. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich wirklich sehr. Weil ernsthaft, ey, das macht ja gar keinen Sinn, wenn ich die Hälfte der Fragezeichen aufdecke und da sind Gegner, die ich besiegen kann. Und an der anderen Hälfte sind lauter Level 30 Gegner und dann, ja, muss ich diese Orte am Ende wieder aufsuchen. Nö, danke. Deswegen, wenn ich schon alles aufdecke, dann mache ich es lieber auch alles auf einmal. Hafen von Kertrolde. So, und die erste Quest, die ich hier natürlich mir ausgesucht habe. Ups, nein, das wollte ich nicht tun. So. Ist natürlich die Hauptquest. Geht zum Hafen bei Kertrolde. Und, ja, erst einmal werde ich das tun, was ich hier für die Hauptquest tun muss. Danach kann ich mir ja die ganzen Nebenquests hier schnappen. Oh, Lenz. Das ist Flair Overkill, aber hallo. Das musst du dich tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber. Ey, Kameramann. Mach mal die Linse sauber. Meine Fresse. Wie grausam. So ein junges Mädchen. Birna sollte es sein, Didit. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Nein, das ist Ihre Entscheidung. Das ist Ihre Entscheidung. Ja, 360 No-Scope. Nicht schlecht, Alter. Okay, was zur Hölle geht hier gerade vor? Ich habe eindeutig nicht genug Informationen, um das ordentlich zu verarbeiten. Jetzt komm mir nicht so. Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Türsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Armen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaus segeln. Das wird ein guter Tag sein. Hm. Du kanntest Bran. Ja. Er war ein geachteter Mann. Anders als seine Frau. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran Lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu kören, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Kertrolde stehen allen offen. Die Bran vom Clan Türsech ihre Treue schworen. Und es gibt genug Meed und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Ich will mit ihr fortgehen. Alter, ohne Scheiß. Jetzt kriege ich hier die ganze Zeit so optionale Dialogoptionen, dass ich mit ihr wieder am Ende in die Kiste hüpfe. Nein! Hallöchen, ich habe jetzt schon eine Beziehung und die nehme ich jetzt auch ernster. Ist mir jetzt wurscht. Ich bin nicht in der Stimmung für einen Leichenschmaus. Gehst du mit mir zum Leichenschmaus? Ja komm, wir sind mal ein bisschen grießgrämig. Hoffentlich müssen wir nicht zu diesem Leichenschmaus. Das müssen wir nicht. Die Feste ins Gällige. So berechenbar. Sabbernde, besoffene, großspurige Angeberei und dadurch unvermeidbare Schlägerei. Ja, ganz anders als die Bankette der Magier. Erinnerst du dich an das auf Tanit? Du warst da. Wie könnte ich es vergessen? Ich erinnere mich auch noch ganz genau daran, was nach dem Bankett passiert ist. Mhm. Liest du meine Gedanken? Ich hasse es, wenn du meine Gedanken liest. Kann sie das echt? Hör auf, meine Gedanken zu lesen. Hast du etwas zu verbergen? Du magst keine Geheimnisse? Nein. Hm. Na dann weißt du ja, was Sache ist, ne? Hast du was in Wehlen herausgefunden? Äh. Hab mich in Wehlen umgesehen. Furchtbarer Ort. Nachdem Ciri verletzt wurde, ist sie irgendwie in der Burg des örtlichen Machthabers gelandet. Einem selbsternannten Baron. Verletzt? War es etwas Ernstes? Glaube ich nicht. Ihr geht es wohl wieder gut, denn der Baron hat sie nach Novigrad geschickt. Ich glaube, sie hat nach dir gesucht. Zuvor ist sie drei Mumen in die Falle geraten. Sie kann froh sein, dass sie ihnen entkommen ist. Mumen? Eher Kreaturen. Ich kann nicht genau sagen, was sie sind. Aber sie sind gefährlich. Sehr so. Ich habe in Wehlen auch unsere alte Freundin Kera getroffen. Was um Himmels Willen macht Kera Metz in diesem Niemandsland? Versteckt sich vor den Hexenjägern. Sie sagte, ein Elfenmagier hätte dort nach Ciri gesucht. Gut. Du musst mir mehr erzählen, wenn wir mehr Zeit haben. Mhm. Ich war in Novigrad. Ciri war auch dort. Sie suchte einen Weg, um einen Fluch aufzuheben. Ist aber nicht mehr da. Bist du sicher? Hab es von Rittersporn gehört. Er hat kein Stück übertrieben. Weißt du noch mehr über diesen Fluch? Nicht viel. Ciri hat Ärger bekommen und ihr Vorhaben nicht zu Ende gebracht. Ich habe ein Phylakterium gefunden. Sie wollte es irgendwie verzaubern. Sehe ich mir später an. Hm. Und du? Was hast du herausgefunden? Vor einiger Zeit ist etwas Seltsames auf Art Skellig geschehen. Eine Katastrophe. Durch eine Magie-Explosion. Wirklich ungewöhnlich. Eine Anomalie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Intuition sagt mir, dass Ciri dafür verantwortlich ist. So sehe ich deine Intuition gewundere, Yen. Wir brauchen handfestere Anhaltspunkte. Ich wüsste es ganz sicher. Könnte ich mir nur das Katastrophengebiet ansehen. Leider lassen Moisak und seine Droiden niemanden auch nur in die Nähe. Hm. Moisak ist der Kopf des Skelliger-Zirkels. Habe ihn lang nicht mehr gesehen. Zuletzt als Ciri ein kleines Mädchen war. Ich glaube nicht, dass er dir einen Gefallen tun wird. Nicht einmal der guten alten Zeiten wegen. Warum will Moisak nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit. Eine große, laute Meinungsverschiedenheit. Sieh mal, Krach. Weißer Wolf. Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus. Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Ach. Ich werde etwas in Schwarz und Weiß zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an. Zieh etwas an, das nicht nach Tausenden deiner Jagden riecht. Jen, ich hasse neue Wimse. Dauert ewig, bis die eingetragen sind. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Ich habe in der Taverne ein Zimmer gemietet. Da habe ich ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Währenddessen muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle. Du bist ja schon perfekt vorbereitet hier in Mensch. So. Ja, eine nette Zusammenfassung der Story, die wir bislang erlebt haben. So. Einige Charaktereinträge. Begib dich in Yennefers Gemächer und kleide dich formell. Ja, ist diesmal tatsächlich kein optionales Ziel. Wir müssen das machen. Warum nicht? Ach. Ach so. Der König ist tot. Lange lebe der König. Ach, Hallöchen. Ha. Okay. Interessant. So. Bist du derjenige, der eine Nebenquest für mich hat? Wie? Atmet schwer. Wohl nicht. Dann stimmt das Gerede über den Eisleser. Ach, der da. Tut mir leid, dich zu belästigen, aber ich habe keine Wahl. Hm. Worum geht's? Mein Schiff ist beim letzten Sturm auf die Felsen aufgelaufen. Ich hab alles verloren. Wie soll ich dir da helfen? Ich hab nicht mal das Geld für die Heimreise. Und mit jedem Tag Verspätung bin ich näher am Bankrott. Hm. Ich hätte mir denken können, dass es um Geld geht. Willst du also einen Kredit oder Almosen? Ich werde es dir bis auf den letzten Kopper zurückzahlen. Ich schwöre. Du musst mich nur in Novigrad besuchen. Hm. Ich vertraue dir, aber denk daran, wenn du mich übers Ohr hauen willst, werde ich dich finden. Ich werde dich jagen. Und ich werde dich töten. Gut. Ich helfe dir. Ich bin oft genug in Novigrad. Da komme ich mal vorbei und schaue, wie deine Geschäfte laufen. Danke. Du findest mich im Hafenviertel. Johann Boner heiß ich. Bis dann also. Ist hoffentlich kein falscher Callcenter-Name. So, jetzt ist er mit meinem Geld weg. Hoffentlich hat es sich gelohnt. Ich bin gespannt. Hexer, du suchst nicht zufällige Arbeit. Hoch. Gerald kann sich nicht entscheiden. Will ich sie, will ich sie nicht? Hör mal, Hexer, wir haben ein Problem mit Muiri Diablen. Du weißt schon. Ertrunkene. Das könntest du mit deinem Silberschwert bestimmt lösen. Lass mich raten. Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und reifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre. Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert. Eingeweide gefressen. Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muiri Diablen angegriffen haben. Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebt in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heide an. Hm. Okay. Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Etwas zu bescheiden für meinen Geschmack. Hm. Guck mich nicht mit diesen großen Hundeaugen an, Mensch. Ich bin ein Exer. So, gucken wir mal. 300. Das ist ja ein bisschen reichlich, Meister. Ja. Deswegen bin ich ja auch der Meister, der Hexer. Ganz schön teuer. Aber das ist es wohl wert. Gut. Ich zahle dir, was du haben willst. Schön. Ich übernehme den Auftrag. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei. Mein Wort drauf. Wieso habe ich das Gefühl, dass es sich nicht nur auf Ertrunkene belaufen wird? Da steckt doch noch mehr dahinter. Naja, werden wir dann ja sehen. Äh, hier haben wir ein neues Anschlagbrett. Äh, ja. Ich werde das ganze Zeug lieber nicht alles durchlesen. Es geht sowieso nur um, äh, Fragezeichen, die auf der Map freigeschaltet werden und Hexeaufträge, zu denen ich anschließend sowieso alle Informationen kriege, die ich brauche, wenn ich die Person besuche, die den Auftrag ausgehangen hat. Das Herz des Waldes. Ähm. Fliegende Fäuste, Skellige. Ui. Habe ich eigentlich fliegende Fäuste in Nobbygrad schon erledigt? Ich glaube nicht. Gewinnt Skelliger-Stil. Hallöchen. Ja, jetzt reden wir Klartext. Die Familienklinge. Boah, ey. Das war ja jetzt ein richtiger Batzenfest. Finde ich gut. Nicenstein. Oh. Das muss Jens Zimmer sein. Sie hat das Zimmer schon gern geräumig. Ich wollte schon sagen, das ist mehr als nur ein Zimmer. Und warum hat sie ein Einhorn? Alter. Ich hätte nicht, ich habe sie nicht als Person eingeschätzt, die auf Einhörner steht. Das Einhorn will ich zuerst untersuchen. Das ausgestopfte Einhorn. Sie hat es repariert. Huh. Das ausgestopfte Einhorn. Sie hat es repariert. Ist ja gut. Gut. Geralt mag Einhörner. So. Was haben wir hier? Sogar bei geschlossenem Deckel riecht sie nach Flieder und Stachelbeere. Geschmäcker ändern sich nicht. Hm. Oh, Yennefers Tagebuch. Okay, jetzt sind wir gemein. Der Gedanke, einen Genius zu fangen, beschäftigt mich häufiger. Seine Macht zu nutzen. Damit könnte ich vieles erreichen. Der Foliant von Amos Var Ipsis hat bestätigt, was ich schon lange vermutet hatte. Nämlich, dass es trotz meines vorherigen Scheiterns wahrhaftig möglich ist, einen Genius zu zähmen. Laut Var Ipsis lassen sich die Schwierigkeiten überwinden, ein solches Wesen seinem Willen zu unterwerfen. Ihm ist es zumindest gelungen. Leider heißt das nicht, dass ich genauso wie er vorgehen kann. Jeder Genius ist anders und in jedem einzelnen Fall ist ein unterschiedliches Vorgehen notwendig. Ich verfüge über mehr Erfahrung als alle anderen Lebenden, um solche magischen Rätsel lösen zu können. Wenn Geralt sein Talent mit wilden magischen Wesen fertig zu werden einsetzen würde, finden wir vielleicht einen Weg. Das Problem ist nur, dass wir erst einen Genius finden müssen. Das allein ist schon schwer genug. Aha. Sie will mit uns ein bestimmtes Monsterchen fangen gehen. Ein Genius. Aha. Ich weiß jetzt leider nicht, wo ich... Was machst du denn hier? Hä? Was machst du in Jens Zimmer, hä? Was zur Hölle? Oder gehört das hier schon nicht mehr zu ihrem Zimmer? Ich würde mich nicht wundern, wenn es das tun würde. Oh, was haben wir denn da? Die vergiftete Quelle. Die vergiftete Quelle von Tissaia de Vries inspiriert sie noch immer. Mhm. Okay. Lesen wir uns auch nochmal schnell durch. Niemand wird als Magier geboren. Wir wissen noch zu wenig über die Genese und die Mechanismen der Vererbung. Wir investieren zu wenig Zeit und Ressourcen in entsprechende Forschungen. Leider führen wir unsere Studien zur Erheblichkeit magischer Fähigkeiten mit, sagen wir, natürlichen Methoden durch. Die Resultate dieser Pseudo-Experimente lassen sich nur allzu oft in den Gossen unserer Stadt und den Bettelzonen vor den Tempelmauern begutachten. Viel zu häufig sehen wir geistlose, verblödete, sabbernde Weiber, die sich als Prophetinnen, Seherinnen, Wahrsagerinnen und Wunderwerkerinnen ausgeben. Cretins mit Hirnen. Degeneriert durch die ungebändigten, ererbten Kräfte. Diese Simpel und Trottel können sich ihrerseits fortpflanzen und ihre Fähigkeiten weitergeben und die Degeneration setzt sich fort. Kann sich jemand vorstellen, wie das letzte Glied in solcher einer Kette aussehen wird? Die meisten von uns Magiern verlieren als Folge von Änderungen und Unterbrechungen der Funktion unserer Hypophyse die Zeugungsfähigkeit. Andere, meist Zauberinnen, erreichen den Scheitelpunkt ihrer magischen Kräfte mit intakten Gonaden. Sie können empfangen und gebären und besitzen die Stirn, dies als glückliches Schicksal als Segen zu betrachten. Ich aber wiederhole, niemand wird als Magier geboren und niemand sollte es. Im Bewusstsein der Bedeutsamkeit dessen, was ich schreibe, antworte ich auf die Frage, die auf dem Gipfel in Cedaris formuliert wurde. Ich antworte voller Überzeugung, jede von uns muss sich entscheiden, was sie sein will. Zauberin oder Mutter. Ui. Okay. Hier ist auch noch was. Elegantes Hemd. Elegantes Zeug. Yay, zieh dich zum Treffen mit Yennefer um. Äh, ist das immer noch für Level 16 die Quest? Japp, scheinbar schon. Okay. Dann machen wir das mal weiter. Äh, welches Level haben die Quests, die ich vorhin angenommen habe? Familienklinge 15, oi. Und ansonsten der komplette Rest, ja. Ist schon ein bisschen höher eingestuft. Hexeaufträge? Ja, das einzige, was ich gleich noch machen könnte, wäre die Familienklinge. Das hört sich noch interessant an. Machen wir aber erst einmal diese Hauptquest zu Ende. Äh, jawoll. Dann hat sie nur die ganzen Klamotten hergebracht. Sie muss ja ein ganzes Schiff damit beladen haben. Wie üblich. Schwarz-Weiß. Hm. Okay. Ähm, dann kleiden wir uns mal ordentlich. Tadadada. Äh, elegantes Hemd. Blablabla. Wir haben schon wieder solches Zeug bekommen. Wahrscheinlich nur für den Fall, dass wir das vorherige Zeug verkauft haben. Ui. Ist ja nicht schlecht. Wie sieht das aus? Och ne, das ist viel zu strahlend. Das passt besser zu Geralt. So. Schükes. Höskes. Sieht man kaum. Wurscht. So. Ja, die Schwerter behalten wir, ne? Ach. Immer würde ich das nicht tragen. Aber das tut man nicht für seine... Hm. Was ist Jennifer eigentlich für mich? Also, mittlerweile nicht mehr das, was sie, äh, früher für dich war. Dafür werde ich sorgen. Hahaha. Du hast jetzt eine andere, Geralt. Ich bin jetzt so dieser kleine Teufel auf seiner Schulter, der ihm die ganze Zeit zuflüstert, hat, dass er Jennifer ins Boxhorn jagen soll. Zumindest was die Liebe angeht. Klingt brutal, aber hey. Ich bin jetzt schon mit einer Zauberin zusammen. Und jetzt bin ich auch treu. So. Das mit Keira war nur ein Fehltritt. Ich hätte es besser wissen müssen. So. Wie mir alle hinterher pfeifen, nur weil ich jetzt mal was ordentliches anhabe. Penner. Möge deine Axt nicht ablässt. Trifft dich beim Eingang. Warum zur Hölle? Entferne ich mich jetzt gerade von der Position, zu der ich hinlaufen muss? Moment. Ich gucke mal eben, ob ich das irgendwie abkürzen kann. Mit einer Schnellreise. Hm. So wie es aussieht, lautet die Antwort darauf, nein. Das ist ja gemein. Na gut. Dann legen wir einen kleinen Sprint hin. Ach, wobei. Eigentlich ist die Zeit für diesen Part ja schon abgelaufen, Leute. Von daher würde ich eigentlich sagen, beende ich den Part an der Stelle. Und ja, wir sehen uns dann eigentlich am besten zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt, wo ich dann, ja, schon fast am Ziel sein werde. Ich denke mal, ist das Beste so. Also dann, Leute. Oh, okay. Ich dachte, jetzt wird da irgendeine Katzlin mit den Wachen abgespielt. Nein. Alles gut. Okay. Na dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.